Im Jahre 1782 wurde die Firma Andreas Kufferrad in Düren-Maria-Weiler gegründet. 2008 wurde die Maschinenbausparte in die Bellmar-Gruppe aufgenommen. Seit nunmehr 235 Jahren steht der Name Bellmar Kufferrad für Kompetenz im Maschinenbau. Bellmar Kufferrad entwickelt und fertigt Maschinen und Anlagen zur Entwässerung und Trennung von Prozessstoffen sowie offene Walzen als Sonderprodukt für die Papierindustrie. Mithilfe des umfassenden Know-hows unserer Mitarbeiter, davon 25 Prozent Ingenieure, sind wir in der Lage innovative und profitable Lösungen für die Unternehmensprozesse unserer Kunden zu realisieren. Unser Lieferumfang reicht von optimierten Einzelmaschinen bis hin zu schlüsselfertigen Gesamtanlagen, ergänzt durch umfassende Engineering-Leistungen. Neben dem Vertrieb von Maschinen und Gesamtanlagen bieten wir zusätzlich ein breites Spektrum an Serviceleistungen. Zudem führen wir alle wichtigen Ersatz- und Verschleißteile stets auf Lager, um eine schnelle Lieferungsabwicklung essentieller Teile gewährleisten und somit dem Kunden möglichst geringe Stillstandszeiten garantieren zu können. Unser umfangreicher Maschinenpark in Kombination mit dem unübertroffenen Fachwissen unserer Mitarbeiter ermöglicht es uns, auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden erfolgreich, zuverlässig und vor allem auch kurzfristig reagieren zu können. Belma Kofferrad – Qualität made in Germany, meant for the whole world. Grazie und Untertitelung des ZDF, 2020